Relux Cut for Revit deckt die Bedürfnisse vom Elektroplaner wie dem Lichtplaner gleichermassen ab. Dank der nativen Schnittstelle verlieren wir keinerlei an Informationen, wie das im Jahr 2020 beim IFC-Format noch der Fall ist. Die Verknüpfung von frei verfügbaren neutralen Bauteilen aus Building 360 mit realen Produkten aus Reluxnet, ermöglicht TGA und Elektroplanern bereits im Vorfeld eine realistische Mengenermittlung, ohne dabei eigene Prozesse in irgendeiner Weise einzuschränken. Neutrale Leuchten bleiben neutral, die Lichtberechnung basiert auf den echten Relux-Net-Leuchten. Dank der Kombination von Building 360 und Relux Cut für Revit sparen unsere Elektroplaner im Schnitt 40-60% ihrer Arbeitszeit. Mit dem neuen Tool von Relux werden wir eine enorme Zeiteinsparung haben, und haben all diese komplizierten Schnittstellen zwischen den beiden Programmen Revit und Relux ideal gelöst. Ihr Feedback an unsere Entwickler ermutigt uns im Add-on weitere Funktionen einzubauen, damit der Elektro- und der Lichtplaner noch schneller und effizienter agieren kann. Überzeugen Sie sich selber und testen das Add-on Relux Cut für Revit 30 Tage kostenlos. . Untertitelung des ZDF, 2020